Wie passt man bei seinem Clipper-basierten Drucker die Web-Oberfläche von der Optik her an? Das schauen wir uns in diesem Video an und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und wir legen auch gleich los. Das ist nämlich ganz einfach. Es gibt zwei Wege, wie man das machen kann. Und ich zeige euch erst einmal meinen Bildschirm. Nicht erschrecken, das ist Harley Quinn. Das ist nicht alles jetzt Voodoo Magic oder so, was in Richtung ist. Das sind meistens Bilder, die man einfügen kann. Dann, so habe ich am Anfang auch erst mal die ersten Konfigurationen gestartet. Im Prinzip habt ihr hier einmal den Hauptbereich mit dem Hintergrund. Ihr habt einmal die Seitenleiste mit dem Hintergrund. Hier oben ist noch die Top-Leiste, wo ich hier nochmal das Logo eingefügt habe. Hier steht nochmal der Name von dem Drucker. Und im Prinzip müsst ihr dafür auf den Menüpunkt Maschine gehen. Und dort seht ihr bei mir jetzt hier oben einen Ordner Punkt 10. Der Punkt vorne dran ist wichtig. Falls ihr den Ordner nicht habt, müsst ihr euch den nochmal hier oben über Create Directory oder Ordner erstellen und entsprechend natürlich erzeugen. Und wenn ihr dann mal da rein wechselt, dann seht ihr, hier sind ein paar Dateien drin. Diese Dateien gibt es sozusagen als Vorlage, beziehungsweise ihr seht hier schon bei dem Faf-Icon steht dran 32x32 png. Da wisst ihr schon, wie groß das sein muss, nämlich 32x32 Pixel. Ansonsten bietet Clipper auch ein Verzeichnis an, wo ihr entsprechend Community-Themes herunterladen könnt. Also jetzt hier zum Beispiel mal Dracula oder Cyberpunk. Cyberpunk ist das, was ich gerade verwende sozusagen. Und hier gibt es nochmal andere Themes. Da auf diesem Theme habe ich quasi damals den Ender 3 V2 basiert. Dr. Manhattan, falls ihr euch noch dran erinnert. Und da lade ich mir meistens irgendein Theme erstmal runter und fange an, das anzupassen, wenn ich zu faul bin, um mir selbst eins zu schreiben. Da drin enthalten sind dann folgende Dateien. Ich zeige euch das mal ganz kurz in Visual Studio Code. Keine Angst, ihr braucht nicht unbedingt jetzt einen Editor, wie ich es jetzt hier habe. Ihr könnt auch einfach nur den Ordner herunterladen mit den ganzen Dateien, das Ganze 1 zu 1 hochladen und fertig ist. Oder ihr könnt natürlich auch die CSS-Datei, hier diese custom.css, das ist ein Cascading Style Sheet. Das ist wie bei Webseiten im HTML entsprechend, dass man dort bestimmte Elemente über CSS einfärbt beziehungsweise Schriften definiert und, 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 und. So wie ihr es normalerweise in Word kennt, ist das eine Definitionssprache für die einzelnen Elemente auf der Webseite von MainSale, also für die Web-Oberfläche. Und dort könnt ihr natürlich auch schon mal einiges anpassen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber ihr seht hier erst einmal, dass da verschiedene Sachen drin sind. Einmal ein Fuff-Icon, 32x32 Pixel. Dann der Haupthintergrund, das ist der, den ihr gerade bei mir eben gesehen habt. Dann hier der Screenshot, so sah es ursprünglich mal aus. Das habe ich natürlich jetzt ein bisschen abgeändert. Dann der Haupthintergrund. Und nochmal das Seiten-Logo, das Sidebar-Logo. Das ist das, was auch oben angezeigt wird entsprechend. Also, ja. Wo habe ich den Drucker? Genau das hier oben. Und über die Custom CSS, also über diese Datei hier, seht ihr schon, wir können dort einige Elemente definieren. Hier ist zum Beispiel mal die Farbe Gelb hinterlegt. Dort ist die Farbe Rot hinterlegt. Das sind alle schöne bunte Elemente, die wir dort definieren können. Und ich lade die Datei jetzt einfach mal bei mir nochmal hoch. Ihr seht, die fehlt hier. Und ich zeige euch dann auch gleich mal die Änderungen, die dadurch entstehen. Und dazu gehe ich jetzt hier bei mir mal den Ort da rein. Wähle ich hier entsprechend die Datei aus. Lade die hoch. Und tadaa. Schon sieht das Ganze richtig schön knallig aus. Das heißt also, hier oben ist die Schrift mit dem gelben Schatten hinterlegt. Hier die ganzen Buttons sind entsprechend knatschgelb. Die hier sind richtig schön pink mit einer blauen Aufschrift. Also grell, genauso wie es zu Harley Quinn natürlich passt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, die fertigen Themes sind nicht für mich. Und ich möchte jetzt eigentlich was benutzerdefiniertes haben. Dann könnt ihr natürlich hingehen und könnt diese Dateien komplett für euch selbst erstellen. Inklusive natürlich der Custom CSS. Und genau deswegen gehe ich jetzt erst einmal hin und markiere hier erstmal alles. Ich schneide das erstmal alles aus und speichere das mal ab. Und ihr seht, ich habe jetzt eine komplett leere Datei hier. Das heißt hier oben und die ganzen Buttons und alles drum und dran, die ganzen Schriften sind alle wieder auf Standard zurückgesetzt. Das heißt hier der Emergency Stop ist wieder rot. Hier oben der Button ist wieder blau. Die Buttons, die Primary Buttons, also die primären Knöpfe sind wieder blau. Die Secondary Buttons sind wieder gelb. Und wir fangen jetzt erst einmal an, uns die CSS-Datei so aufzubauen, wie wir es gerne haben möchten. Und dafür wähle ich in der Web-Oberfläche mit einem Rechtsklick erstmal den Button aus. Und dann sehe ich schon hier das Kontextmenü. Und da gehe ich auf Inspect beziehungsweise Inspizieren. Und dann kriege ich hier so eine wunderschöne, naja, HTML-Ansicht aufgezeigt. Das heißt also hier ist die komplette DOM-Struktur, die komplette HTML-Struktur drin. Und da sehe ich erstmal, ich scrolle mal ein bisschen runter, damit ihr das auch seht, eine SVG. Das ist in dem Falle das Haus, was hier oben jetzt entsprechend so ein bisschen gehighlighted ist. Darüber ist nochmal ein Container, darüber auch nochmal ein Container. Und da drüber seht ihr einen Button. Und das ist genau der Button, den wir haben wollen, nämlich der V-BTN. Und dann sehen wir hier hinten nochmal, Moment, da, das ist der Warning-Button. Also das ist ein Warnungs-Button, den man da verwendet hat. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiter-Platinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services, wie zum Beispiel mal C&C-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir ein Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blutgeleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, 10 Dollar auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Das kommt dann von der Bibliothek, die man verwendet hat. Wahrscheinlich Foundation oder Bootstrap, irgendwas in der Richtung. Worauf dann quasi die ganze Web-Oberfläche aufbaut. Das dient einfach dazu, dass man nicht immer komplett von der Pike ab entsprechend alles aufbauen muss, sondern schon ein gewisses Grundgerüst hat, mit dem man arbeiten kann, um sich dann auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und da sehen wir auch schon hier rechts in der Seite, das sind eigentlich die ganzen Charakteristika für diesen Button hier, die den beschreiben. Und da sehen wir auch hier schon mal so zwei orangene Punkte. Das ist nämlich der Hintergrund und der Rahmen entsprechend, der definiert wird. Also Border-Color und Background-Color für den Hintergrund und hier für den Border-Color, für den Rahmen. Das heißt also, wenn ich den jetzt hier auf, was weiß ich, setzen wir den mal auf blau, dann sehen wir, dass hier der Rahmen bei den Buttons so ein bisschen blau wird auf einmal. Und das können wir natürlich auch zu unserem Vorteil nutzen, dass wir sagen, okay, wir werden jetzt da einfach mal, na, wenn ich auf den Auswahl-Button drauf komme, setzen wir das Ganze einfach mal richtig schön auf pink. Dann hier, das setzen wir mal richtig schön auf, nein, das war es noch nicht, da möchte ich noch mal ein bisschen ran, und zwar auf baby blau, dass das auch schön zu Harley Quinn passt. Und dann können wir uns im Prinzip nochmal überlegen, wollen wir die Schrift nochmal anpassen? Nein, die lassen wir jetzt erstmal so, wie sie ist. Und dann kopieren wir uns das und gehen hier nochmal in Maschine und Custom rein. Ich zeige euch nochmal ganz kurz was, wenn ich nämlich jetzt hingehen würde, ohne das zu speichern oder irgendwas in Richtung, ich mache mal die Konsole wieder weg und würde jetzt einfach mit F5 oder mit Command und R das Ganze neu laden. Dann werden die Buttons wieder alt, so wie vorher entsprechend. Und dann gehe ich jetzt aber hin und füge das Ganze dann einfach an die Custom CSS ein und sagen hier, okay, V-Application und natürlich Marning. Dann fügen wir die Farben nochmal ein, speichern das Ganze. Und siehe da, schon sind unsere Buttons entsprechend pink mit weißer Schrift und einem blauen Rahmen, also genauso, wie wir es haben wollten. Natürlich hier oben ist der blaue Rahmen so ein bisschen abgeschwächt irgendwie, aber gut, sei es drum. Ich möchte jetzt nochmal hier quasi den Primary Button sozusagen, also den primären Knopf sozusagen nochmal einfärben. Das ist hier die Klasse Primary. Da gehe ich jetzt auch hin und sage, okay, hier die Color, die Textfarbe möchte ich jetzt einfach mal geändert haben. Also nicht den Rahmen, weil Rahmen hat der ja keiner. Ich möchte aber, dass der Primary Button sich von dem Secondary Button oder von dem Warning Button unterscheidet, indem er einfach blau ist. Und dann gehe ich einfach hin und sage hier, okay, die Farbe, die habe ich mir gerade eben nochmal rauskopiert aus dem, wie heißt es, aus der Hintergrundfarbe für den Warning Button und füge die jetzt erstmal hier ein mit dem Begriff Important. Und dann sehen wir schon, okay, hier haben wir entsprechend einen blauen Button mit einer pinken Schrift. Das passt natürlich auch. Und das kann ich natürlich dann auch wieder in dem Theme, im Custom, kann ich jetzt sagen, okay, Vacation.Primary und dort natürlich Color speichern. Und dann sollte jetzt eigentlich, genau, wenn ich jetzt neu lade, entsprechend auch das standardmäßig so eingestellt sein, dass wir hier einen blauen Button, einen hellblauen Button mit einer pinken Schrift haben. Jetzt kann man natürlich nochmal überlegen, okay, das kann man schlecht lesen, dass man nochmal die Hintergrundfarbe nochmal ein bisschen anpasst. Na, ich schaue jetzt nochmal, ob ich da vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was Helleres hinbekomme, dass man das pink besser lesen kann. Sowas in der Richtung. Das fügen wir auch nochmal in den Rahmen ein, falls der dann irgendwie in der Hinsicht irgendwann mal auftauchen sollte. Und das Ganze speichern wir natürlich auch nochmal in die Custom CSS ein. Hier nicht die Semikolons vergessen. Die Semikolons sind am Ende wichtig von jeder Zeile, damit der Computer weiß, okay, da ist die Zeile zu Ende. Der ist nicht wie wir, dass wir sehen können, okay, da hört die Zeile auf, da geht eine neue los. Das kann der so an sich nicht unterscheiden, weil so weiß er, okay, da ist der Befehl zu Ende. Dort fängt was Neues an. Und wenn das nicht da wäre, würde er quasi durcheinander kommen. Also wenn ich jetzt quasi das so schreiben würde, wüsste er nicht zu unterscheiden, ob jetzt hier das Ganze schon aufhört oder ob das irgendwann hier hinten aufhört, das weiß er natürlich nicht. Deswegen geben wir ihm nochmal das Semikolon mit. Da gibt es mittlerweile in JavaScript natürlich auch die Schreibweise, dass man das Ganze ohne Semikolons machen kann. Das wird dann im Nachhinein nochmal dazu gerechnet, automatisch über bestimmte Interpreter. Aber das haben wir jetzt hier natürlich nicht. Das Ganze speichern wir jetzt, gehen auf das Dashboard und können jetzt refreshen und sehen, dass das Ganze auch wirklich permanent jetzt hinzugefügt worden ist zum Theme. Das bedeutet also jetzt, sofern wir das nicht mehr ändern, bleibt das so, wie es jetzt ist. Und damit wisst ihr jetzt auch, wie man sich so ein Theme gestaltet, wie man sich Stück für Stück an so eine Weboberfläche quasi ranhangelt an so ein Design. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und solche Videos nicht verpassen wollt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meine Sponsoren und an meine Patrionen, die mich mittlerweile zahlreich unterstützen, damit ich sowas hier und auch die Projekte, die Drucker und alles drum und dran für euch entsprechend videotechnisch festhalten kann. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing und Ciao! Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing and See! Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing and See! Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing and See! Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing and See! Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing and See! Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing and See! Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing and See! Bis dahin, HODL the Lion, Happy Printing and See! Vielen Dank.